Und damit willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind auf dem Hausdach vom Krankenhaus. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Und müssen Clementine suchen. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg runter finden. Und ja, letzte Folge haben wir ja ganz schön was mitgemacht, du. Ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass die Folge ein bisschen kürzer war als sonst. Ich möchte versuchen, die Folgen jetzt so auf 15 Minuten. Um plus, minus, ja vor allem plus 2-3 Minuten zu beschränken. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich jetzt bei den letzten Videos auch schon gemerkt habe, dass ich mich gern mal verquatsche. Und mir da auch versehentlich ein 47 Minuten Video rausgerutscht ist. Das tut mir leid. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ob lieber so 15-20 Minuten oder ob doch mal was Längeres dabei sein kann. Ich meine, es ist ja eure Zeit. Ihr müsst das ja auch irgendwann alles gucken, ne? So, wir gucken uns einfach mal um hier. Hm, das war der Platz der Crawfords. An dem sind wir, glaube ich, vorne auch schon vorbeigelaufen. Also, was heißt vorhin? In Episode 4, als es um die Crawfords ging. Na, Ben, was hast du zu sagen? Echt jetzt? Wir suchen einen Fluchtweg und du hast hier eine Feuerleiter? Willst du immer noch sterben? Du bist mit mir mitgekommen. Hm, ich finde ja, er ist immer noch ein ganz schönes Stück Scheiße. Wir haben einen, der du und Clem. Ich werde dir versorgen, dass das nicht passiert. Ich werde dir versorgen, dass das nicht passiert. Das klingt gut. Irgendwelche Ideen bezüglich unserer aktuellen Lage? Oh, ein trüber Schauer des Todes. Hm. Die Ungewissheit des Überlebens wirft einen Schleier der Unwissenheit über mein gekränktes Gemüt. Gebissen, gebissen von der Situation, kränkle ich meinem Schicksal entgegen. Wack. Könnte ich kotzen bei sowas. Lass mal eine Lösung finden hier. Was ist hier? Belltower, that's what's up. Hm, yeah, that could help. Ja, der ist besser drauf. Hey. Ich sehe mal, ob wir den Glockenturm erreichen können. Wie wer es mir in den Ärmel guckt? Ich glaube, du bist Clems Lieblichen. Was macht das Bein? Das ist ja schon mal gut. Alle, die mitgegangen sind, können Clem wirklich leiden. Ich glaube, du bist Clems Liebling. Ich glaube, du bist Clems Liebling. Ja, super. Dankeschön. Ey, soll ich jetzt echt da rüber springen? Ich mit meinem kaputten Arm? Gut, der hier hat ein kaputtes Bein. Das lassen wir ihm mal noch durchgehen. Wir sprechen erst mal mit der Sportskanone hier. Christa, die noch völlig fit ist und eigentlich mal dran wäre, oder? Hallo? Ich gehe nach der Kirche, über die Straße von der Glocken. Die Glocken Römer sollte nur über das. Wir müssen zurückgehen, dasselbe. Wir werden nach der Glocken, wie du gesagt hast. Und sicher, dass wir nichts überprüfen haben. Ja. Ich könnte einen Weg haben, um uns einen Weg zu entfernen. Ich kann es in die Bälle-Tower. Ich kann die Walkers abdrehen, auf den Seiten des Krankenhäusern. Es wird Millionen von ihnen sein. Es wird dann die Glocken zwischen hier, der Glocken und der Glocken. Ja, ihr merkt schon, das Spiel drängt mich dazu, da drüber zu springen. Na, super. Wir haben also einen Armlosen, einen Beinlosen, eine Blinde und einen Jammerlappen. Dann fehlen nur noch einen Jude, einen Rabbi und keine Ahnung und dann haben wir einen schlechten Witz. Irgendwelche Ideen bezüglich der Meute. Natürlich. Allergien, das ist ja lustig. Ja, ich sag's doch. Ein Witz. Jetzt beweihräuchern wir uns aber selbst, meine lieben Entwickler. Ich hatte schon Angst, du würdest nicht mitkommen. Und wenn du und Omid nicht mit mir kommen würden. Wir können nicht stoppen, sich nach uns zu schauen. Ihr zwei habt seit Tag 1. Was ist das? Tag 3? 4? Na, ich mag es. Sehr gutes Argument. Touché. Ja. Ah ja, jetzt hört doch mit diesem Scheiß-Glockenturm auf, ich weiß es. Ja dann, komm schon. Dann tun wir's halt. Wenn sie mit ihrem Heuschnupfen zu kämpfen hat. Ja, immer noch springen. Niemals. Dann muss er nach oben springen, du Lump. Ja, ganz toll. Und nun, jetzt kommen wir nicht zum Glockenturm. Gucken wir da rein? Nein. Können uns die Tür aber angucken. Da geh ich nicht wieder rein. Super. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo was rum? Ah. Hallöchen. Hallo, können wir mal jemanden helfen? Halt die Klappe, Omid. Da hilft keiner. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt kommen sie. Wir brauchen ein paar Zeit. Wir brauchen so viele wie wir können. Wir brauchen so viele wie wir können. Wir brauchen so viele wie wir können. Wir brauchen so viele auf der anderen Seite. Und wir brauchen unsere Klappe, um zurück zu der Mansion. Du musst nicht sein, dass du gehen kannst. Meine Klappe fühlt sich besser. Ich mach es. Ich mach es. Wenn wir entscheiden, wer nimmt ein Risiko wie das, dann muss es der Mannschaft, der der Leise zu verlieren. Was ist das Schlimmste, das kann passieren? Ich werde wieder gebeten. Er könnte einen Arm verlieren. Oh. Ja. Wir machen es ja schon. Beobacht. Vorsichtig. Ach, das fällt Ihnen jetzt ein. Komm schon. Komm schon. Episode 3 wäre in 20 Minuten naht. Natürlich, jetzt Fallmer. Kletter, Rettung. Hehehehe. Lee 1, Zombie 0. Ach, natürlich. Jetzt ist nämlich der Glockenturm immer noch höher als das Hoteldach. Hosteldach. Hospital-Dach. Krankenhaus-Dach. Und deshalb... Könnten wir eigentlich rüberspringen. Könnten. Tutte aber nicht. Glocke läuten. Bim, bim, bim. Und abhören. Das ist der Plan. Wir können also nicht rüberspringen. Es funktioniert. Sie kommen. Können. Tönnen. Jesus. Now get back here. Ja, läuft. Problem ist, wenn ich jetzt hier runtergehe, stehe ich genau drin. Jetzt spring doch einfach. Natürlich. Dankeschön. Ich bin am Arsch. Oh ja. Jetzt strengen wir dich an. Jetzt brauchen wir uns noch ein Bein dazu. Komm schon. Feuer! Du schaffst das! Diesmal darfst du sogar hinfallen. Oh Gott! Wir mussten sogar was drücken. Also, Katzen. Gleich hab ich's auch gedrückt, aber... Das hätte schief gehen können. Hei, 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 hei. Wer bist du denn? Bahama-Zombie. Lee ist jetzt echt sauer. Ja, das ist doch das alte Haus. Ähm. Wer ist da drin? Äh. Kenny? F**k't us! What? Who? Vernon. He didn't have Glam. Hehehe. So where the f**k is she? With someone else. We're going after her. F**k. Just... Jesus! Wait. The cancer patients did this? Yeah. They were waiting. Tired to living underground, I guess. It kicked the s**t out of me and... ...waxed me in here. Wait. What the hell happened to you? CUT IT OFF. F**k nicht. F**k nicht. Haha. P**k nicht. Ja, da ist er wieder. Hallo, Kenny. Von dem Biss habe ich das Bewusstsein verloren. Ich habe ja keinen Arm mehr, aber ich fühle mich schon besser. Echt jetzt? Die schickt den mit dem kaputten Bein über den Zaun? Ich verliere nicht den Kopf. Ja. Der wollte sowieso nicht mit. Jetzt ist mir auch egal, wie wir mit ihm sprechen. Oh, da liegt das Hündchen. Was machen wir ohne Boot? Ja. Raus aufs Land. Ja, nur um sicher zu gehen. Oh, jetzt wird's lustig. Vorsichtig. Be careful, Leute. Ich bin so, so, so sorry über Katja und Duck. Ich bin. Und ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Aber stopt mich an und stopt mich an, dass ich sterbe! Nein! Ich bin. Ich bin. Oh, der? Sie sind glücklich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du? Wim. Ja. Ben, ich hasse dich. Warum? Christa, nach oben! Verschiebe Möbel! Waffen! Räum das Haus um. Töte alles, was reinkommt. Sehr schön. Ben, just do it! Omi! Oh nein! Los! Oh! Oh! Ruff! Ruff! Wie du mir, so ich dir! Ja, ich komme ja schon. Los, los, los! Messer, 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 Messer! Ja, 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 ja! Komm schon! Ja, muss schnell gehen. Natürlich! Sehr gut! Und zack! Und zack! Auch noch irgendwo ein. Oh! Da ist ein Finger! Zumachen! Psst! Wir verstecken uns! Vielleicht haben sie nicht gemerkt, dass wir hier drin sind! Hahaha! Das hat ja super geklappt! Oh, komm schon drauf! Fäß das! Die kannte ich doch! Die kannten wir doch! Guys! Help me with this! Ah! Okay! Er meint mich! Komm schon! Drücker! P! Och, komm schon! Reicht jetzt? Ganz zum Schluss noch ein Daumenkrampf! Y! Genau so machen wir das für... Wir ranzen sie jetzt alle kaputt! Alles klar! Dann wird das jetzt nochmal ganz interessant! Vier! Drei! Zwei! Eins! So, ich bin leer! Ah! Sehr gut! Haben wir den Jungen daraus geschafft? Ich glaube ja! Jetzt kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon! Eine Waffe fallen lassen! Das macht nix, dies eh leer! Und hoch! Bingo! Ja! Das könnte besser werden. Jeder okay? Lee ist noch nicht gebeten. Hör auf! Okay! Wir gehen hier raus und weitergehen! Die Kinder sind richtig, wir müssen weitergehen! Wir glauben, dass wir einen Gelegenheit bekommen und die verdammte Thäden kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wir gehen nicht durch diese Knochen. Keine Knochen, keine Knochen, und 30 Meter langs. Ach Quatsch, wir brauchen gute Stimmung. Hm, es muss einen anderen Weg geben. Okay. Aha, natürlich bin ich das. Ja, da ist sie wieder. Clem. Geh ran. Sehr schön. Sucht weiter nach einem Ausweg. Wie gesagt, everyone needs to keep looking for a way out, dammit. We're trapped in here. Do you think that worked? I don't know. I hope so. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? Who's Larry? We're brauchen nicht darüber zu reden. I think we do. I said we don't. Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up. But we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here. But how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Hm, mein Arm ist nicht das Problem. I'm not the problem. The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Yeah, maybe at the moment. But who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it. Ja, du tötest doch sowieso alles, was... Mann. Dann mach mich einfach kalt. Nein. Vergiss es. Wir hätten die nehmen können. Ach, könnt ihr endlich mal Pause machen. Die Folge geht schon wieder ewig. Wir haben gerade doch gesagt, ich will die kürzer machen. Jetzt mach doch mal ne Pause. Ja, wir können das machen. Okay. Wir arbeiten in Schiffen. Omid, Krista und ich. Lee, du rest. Wir müssen schnell arbeiten. Weg von mir. Ich wollte dir dich wehtun. Ich war nicht gut, ich war nicht. Natürlich, pal. Ich weiß. Jetzt setze ich auf die Couch. An meiner Stelle wärst du auch 30 cm größer. Sehr schön. Ich dachte, du wärst ein Futter. Hey. Und über 50 lbs. Ja, du wärst nicht so großartig. Mit deinem Arm und meinem Arm. Ich werde dich hier krippeln. Oh, ich habe noch das. Ich kann meine righte palm auf deinem Kopf und... ... und einfach lass dich schlafen. Okay, du gewinnt, jerk. Es ist so wunderschön. Ich mache immer ein Double-Take auf deinem Arm, ... und erwartet, dass es da sein wird. Ich hoffe, dass alles in der Bite ist, auch. Wir holen einfach nur Clementine, sonst nichts. Wir machen was, was es braucht. Und, du wißt du, was passiert mit dir... Serious, können wir nicht so sprechen? Die ganze Zeit, als wir in der Krankenhäuser waren, ich fühle mich, dass du so gut bist als tot. Ich wurde gebeten, Krista. Du hast es gebeten. Wie ist es für dich zu planen? Wie ist es für dich zu verdienen? Ich habe nicht verdienen. Hmm. Ich will, dass sie sie aufnimmt. Findet eine Familie für sie. Ich habe gesagt, ihr sollt eine Familie suchen. Nicht ihr. Wir müssen ihn unterstützen. Er wird zu sich finden. Er wird zu sich finden. Er wird zu sich finden. Oder etwas wird zu passieren. Das ist es? Was ist noch da zu sagen? Er verliert sich so oft? Nein. Das war der erste. Es ist gut, dass er es getan hat. Kenny konnte mich nicht aufnehmen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Wenn du den Tod von Kennys Familie verantwortlich bist. Wirklich? Was ist passiert? Das ist ja nicht. Der Knie wurde zu schrauben. Der Knie wurde zu schrauben. Eine Stimme, die Ben was schrecklich beantwortet. Sie haben ihn benutzt. Die Frau von Kennyscheidem. Sie sterben wegen ihrem Kind. Jesus. Welche, das war es mit Kenny. Das ist gut. Alles klar. Ich bin aus dem Gas. Du bist gut und ruhig. Natürlich. Wenn du nicht einen Fisch verraten kannst. Sehr gut, dass wir gezwungen sind, eine Pause zu machen. Hey, das hört hier nicht auf. Fühlt sich immer noch an wie frisch abkackt. Ich fühle mich wie ein Mann, der getötet wurde. Ich fühle mich wie ein Mann, der getötet wurde. Ich kann es noch nicht glauben, dass du dich getötet hast. Es ist einfach... in der Hölle. At least, er hat uns gesagt. Er hat etwas Brass. Ich glaube, ich würde nicht. Wie bist du? Ich bin... Ich weiß nicht, wie ich das sage. Oh, das wird gut, Kenny. Oh, das wird gut, Kenny. Vielleicht solltest du zukünftig netter zu sein. Das verstehe ich. Aber du bist doch älter. Vielleicht. Vielleicht nicht. Du hörst dir mein Sein. Ich habe. Ich habe nie wirklich gedacht, dass das so war. Da hat er allerdings recht. Hey, Ober. Schnee von gestern. Hey, du bist doch noch ein Arschloch. Hehehehe. Hehehehe. All we can do is move forward. Well. Cheers. Auf dich. Natürlich. Wen juckt's jetzt noch? Ja, auch du. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Mein Gott. Christa ist schwanger. Deshalb hat sie nicht gleich getrunken. Leute. Pause. Das wird schon wieder eine 30 Minuten Folge. Ich... Ich... Ihr seht selbst. Ich habe keine Pause in diesem Spiel. Huch. Wer bist du denn? Mama und Papa. Na supi. Aber sie wollten's so. Das war vielleicht die richtige Wahl. Wie konnten sie das tun? Gehen wir weiter. Kommt schon. Hm. Du hast alles getan, was du tun konntest. Liebe Kinder, merkt euch das. Du hast nur noch einen Schaden geflogen. Let's clear the room before we move on. Ja. Ja, den Raum absuchen. Das ist mein Stichwort. Dankeschön. Ja. Zum Glück machen wir die Folgen ab jetzt kürzer. Wie es weitergeht mit der ganzen Geschichte. Das war ja doch harter Tobak. Sehen wir morgen. Haut da rein. Ciao. Ja. Ja. Ja.